Hallo Taschenmesserfreundinnen, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ihr seht schon hier auf dem Tisch, es geht heute um Schweizer Taschenmesser, um Victorinox Taschenmesser, aber hier um einen besonderen Umbau, nämlich hier haben wir ein Huntsman mit Griffschalen von Daily Custom und die sind ja mal richtig cool, nämlich mit Clip, schöner, so bronzefarbener, antikmäßig rustikal used look Stonewash mit Clip, kann man natürlich auch weg machen und hier so ein kleines Plättchen reinschrauben, auf der anderen Seite, schön geriffelt und hier in diesem ausgesägten, ausgefrästen Kreuz kann man natürlich eigene Materialien drunter machen, darum ist diese Griffschale, die ist jetzt hier auch mal nicht verklebt und befestigt, sondern die kann man abmachen, dann haben wir hier so schöne, was ist denn das, so eine Damasteinlage oder sowas, du kannst natürlich auch ein schönes Holz nehmen oder du kannst hier schön selber was machen, da gibt es verschiedenste Griffmaterialien, sehr coole Titan Griffschale, da kannst du dir was rein machen, kannst du auch schön was aus Kontrast mäßig, da wäre bestimmt auch cool so blaze orange oder sowas oder so ein Stück aus so einem komplett nachleuchtenden G10 oder so Glow in the dark Material wäre bestimmt auch geil, da ist jetzt halt hier so eine Damastscheibe mit dabei, ist natürlich richtig cool und sehr passgenau die Dinger, die verklebst du dann natürlich wenn du halt willst, so ein spezieller Kleber, ist im Lieferumfang glaube ich sogar einer mit dabei, den da kannst du dann durch heiß machen auch wieder ablösen, aber das ist jetzt hier von Demo Zwecke Nummer dran geklippt, ja das ist natürlich richtig cool um sich sein Victorinox hier zu pimpen, ich werde mal unten in den Kommentaren den Link zum Shop rein machen, das sind glaube ich zwei junge Männer, die das hier hochgezogen haben und jetzt hier in verschiedensten Materialien ebenfalls Griffschalen für Victorinox anbieten, und ja beeindruckende interessante Qualität kann ich nicht anders beurteilen, feine Geschichte und vor allem mit diesem Clip ist das natürlich richtig cool gemacht, starke Geschichte, Daily Custom Griffschalen hier natürlich in Titan mit Clip und hier noch so ein Kontrastscheibchen hier drunter, coole Sache, ja Freunde schaut da mal vorbei, das ist eine ganz coole neue Geschichte und hier mit dem Clip, wenn es Victorinox sich selber macht, dann springen hier halt andere coole junge innovative Firmen in die Bresche, Okay, mal ganz kurz ein Video, ich habe einen Berg von interessanter Material bekommen, ich freue mich, ich kann euch nur sagen, da könnt ihr auf ganz tolle Videos gespannt sein mit Custom Modelle und ganz besonderen Sachen und Neuheiten, wo man noch nicht gesehen hat und wir werden noch zwei richtig fette geile Hammer Giveaways hier in der Sommerpause machen, Also Freunde, seid gespannt, ich sage hier schon mal Danke fürs Renzeln, wir werden kommentieren und ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Hillbilly, ja, coole Griffschalen, wie man doch mit so ein bisschen Titan so was altbekanntes wie ein Victorinox immer wieder neu erfinden kann, Okay, das war's, tschau, macht's gut, euer Hillbilly, bye bye. Alright.